Hallo und herzlich willkommen zurück zu Trine 5. Ich wollte gerade schon Bus Simulator 18 sagen. Ich bin ja im völlig falschen Spiel drin. In der letzten Folge waren wir komplett verzweifelt, wie in jeder Folge. Nur sie liebt nichts. Ich bin gerade am überlegen. Warte mal, den konnte ich gerade angesehen. Was kann ich denn damit machen? Kannst du da wahrscheinlich nicht drauf schießen. Kannst du? Da kommst du nicht durch, oder? Ich raus! Ich raus, du Sau! Da kannst du auch nicht gegen schießen, ne? Nein! Okay, Moment! Aber du kannst das kaputt machen irgendwie. Ne, runter, runter, nach unten. Ja, das habe ich ja gerade versucht, aber da geht gar nichts mehr. Ich kann es nur einen ganz kleinen Ticken nach oben. Aber was bringt uns das? Das klingt uns auf. Warte, war das Stand da? Ich habe keine Ahnung, was gerade passiert ist, aber... Achso, da hinten. Aber jetzt kannst du schießen, oder? Gegen die Wand, theoretisch. Nur, dass die Wand nicht richtig reflektiert. Hallo? Ah ja, okay, das reflektiert, dann mache ich das mal ein bisschen so. Aber da ist was vor, jetzt. Das muss jetzt erst runter. Jetzt muss ich los. Da kommt die nicht dran. Uh! Oh, fuck. Was ist denn, ernst? Wie soll ich das machen? Reflektiert meine auch? Warte mal. Achso, die kommt ja gar nicht dahin. Ach, scheiße. Na, du musst den unten drunter machen. Was unten drunter? Schieb den mal. Meinst du den hier? Der muss runter die Platte hier drunter. Damit der oben bleibt. Wie kriege ich den höfwegs gerade wieder? Wieso ging das... Ah, jetzt. Nein, 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 nein. Ach, komm. Das ist doch scheiße. Wieso kann ich den jetzt nur noch so ein bisschen mitnehmen? Warte mal, ich glaube, die Kiste muss sogar irgendwie da weg, oder? Ich glaube, die da hinten ist. Also, ich muss weg. Also, ja. Nimm mal die da hinten und hebe die mal an. Kann ich die nicht mehr anvisieren, oder was? Was ist denn noch was anderes? Kann ich gar nicht da oben hinstellen. Probier mal eben so zu zielen. Warte. Ja, das würde gehen. Ja, aber das Ding ist ja... Ja, aber ich kann auch nicht hier... Mach mal eins. Hol mal die Kiste und stell die mal da hin. Guck mal, hallo. Hol mal eine der beiden Kisten und stell die mal da hin. Hier vorne hin. Da. Hier so direkt, Mann? Oder jetzt hier so? Warte mal, warte mal. Ein Stück zurück. Nee, nee. So, ja. Jetzt kann ich die andere aber wieder nicht anvisieren. Oh. Na ja, der ist nicht scheiße. Nee, das... Nee. Die geht auch nicht mit, ne, wenn ich die nach links bewege? Leck mich doch einfach. Äh. Ich kann mal nichts machen hier, ne? Warte mal, wie war das nochmal? Der Dennis fragt gerade, ob wir mit ihm was holen können. Ich sag, heute her nicht, ne? Nee, nicht bei der Aufnahme. Ähm, das ist schwer. Ja, aber das bringt uns nichts, oder? Ja, da hab ich aber nicht hier misiert. Warte mal. Mach das nochmal. Ach so, nee, du kommst aber eh nicht dahin. Aber was ist denn hier oben für ein Ding? Warte mal. Ja, das kann ich nicht umstellen. Da kam ja die zweite Kiste, ja. Das Problem ist, dass wir halt nicht beide den gleichen machen können. Sonst würde ich sagen, der eine schiebt das nach oben, der andere schiebt das dann halt unten drunter. Ähm. Das muss doch irgendwas mit dem Messer zu tun, also mit diesem Schwert zu tun haben. Aber jetzt kannst du die hintere nicht mehr holen. Ach, ich kann das umstellen? Amadeus, soja, ich bin bereit. Lina. Probier nochmal. Ach nee, äh, warte mal, das geht ja generell nicht. Danke. Hä, kann die wegschießen? Ich hab keine Ahnung. Wir müssen auf jeden Fall versuchen, die ein bisschen weiter nach vorne zu kriegen, oder? Anze, die... Ja. Ja. Jetzt kann ich die nicht mehr anvisieren, oder was? Och, komm, wo die beieinander standen, konnte ich die anvisieren und jetzt nicht... Nee, Moment, hiermit war das. Ah, okay. Hält die mal aufeinander. Ach nee, mhm. Ja, das geht ja nicht. Ich verstehe nicht, warum ich das nicht immer... Ah, jetzt. Oh, ey. Eine Chance irgendwo. Keine Chance. Und obendrauf kann ich so in die Stellen, weil da würde sie runterknallen. Kannst du so... So kannst du dazwischen. Geh, 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 geh. Oh Gott. Ich hab keine Ahnung, wie wir das gemacht haben. Aber nach gefühlt zwei Millionen Versuchen hat... Aua, geklappt. Danke. Ich hab jetzt Kopfschmerzen. Du weißt, dass hier oben... Achso, wir können ja wieder... Ja, dann musst du das machen. Heieiei. Da oben rechts können wir hinspringen. Die Frage ist jetzt nur... Wie würdest du da hinspringen? Nee, kann ich nicht mit nach rechts nehmen. Was zur Eigene machen? Mit Knupser. Komm mal drauf. Nee. Nee. Oh, da kommen wieder Viecher. Ach, du Wichser. Geht es noch, Leute? Aber da müssen wir garantiert irgendwie... Warte mal, lass mich nochmal... Wie hast du das denn gemacht? Oh, was? Was, 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 was? Mit diesen Not teleportieren. Oh, nee, da fehlt... Da fehlt ein so ein Ding. Kannst du nicht... Geh da nochmal rauf? Geh da nochmal rauf? Nee, ich hab ne andere Idee. Geh da nochmal rauf? Nein. Geh da nochmal rauf? Nein. Wie holt man Sachen nochmal? Hallo. Wie hol ich die? Nein, wie will ich das andere? Wie will das nicht? Ja, auf den Controller rechts, links. Ich weiß ja nicht, wenn du mit Tastatur spielst. Ach so. Geh du mal weg da. Mit dem Dicken. Boah, warum? Geh mal vom... Weil ich das da hinlegen will, damit man rüberkommt. Ja, aber nicht so. Ja, wenn du da mit dem Dicken rum stehst... Ich steh ganz weit links rum. Du musst doch schon auf die rechte Seite legen. So. So. Jetzt kannst du nicht mehr springen. Ja, weil der zu dick ist. Wo machst du den da hin? Jetzt kommst du nicht mal vorbei wegen dem Ding, oder? Komm ja doch nicht mehr da drauf auf den. Ja, weil du zu... Weil ich zu hoch bin. Da kannst du nicht springen, wenn ich mal an. Die Frage ist jetzt nur, ist da irgendwas? Kannst du was einsammeln nur, oder? Ja, aber es sieht so aus, dass du was einsammeln bist. Was ist das? Äh, jetzt eine Karaffe irgendwie. Ah, da war was drin. Epi ist wunderbar in Bildbeschreibungen. Deswegen sind wir auch immer so toll in diesen Spielen, wo einer was beschreiben muss. Ja, da war eine leuchtende Karaffe. So eine Empore. Ach, wo wir mal drauf geschossen haben und dann... Ja. Ähm. Okay, ich komm mal wieder runter. Wir müssen nämlich sowieso nach unten. Hallo. Bin dann mal weg. Geh einen Trinken in der Kneipe. Ach nee, da kann man ja nicht reingehen. Hallo. Geht's noch? Ähm, ich glaub, das war aber nicht so gewollt. Warte mal. Ey, du hast es kaputt gemacht. Ja, warte. Hä? Wieso kann ich das jetzt nicht mal angesehen? Hallo? Hallo? Oh, jetzt, jetzt. Ich bin oben. Oh nein, das war der falsche Knopf. Hallo? Oh, immer muss man auf die Gameplay. Oh, 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 oh. Juhu. 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 Boah, ey. Wie bloß weg, ey. Ihr Zauberer hat angeblich eine Stahlkugel beschworen und damit die Astralakademie abgerissen. Der komische Kauz, der mit Margret vom Arkan allerlei verheiratet ist. Solche Leute haben in unserem schönen Königreich nichts verloren. Angeblich ist ein Bart nicht mal echt. Und jetzt? Nein, warum rollt das wieder weg? Warum schießt du das weg? Ja, weil ich, weil, so geht's nicht. Mach nur mal hoch. Ach, dahinter. Ja, ja, okay. Oh, geh du vor. Nein. Nein. Ach, wir müssen ihn von hinten anschießen. Da bleibt er stehen. Ja, ja, mach mal. Ja, das tut mir kein Schaden mehr. Hast du den nicht umrennen mit dieser Rolle, die du gemacht hast? Aber ich denke mal, dass du das Ding vielleicht benutzen. Ja, ich weiß nicht, ob ich auf die andere Seite komme. Oder musst du auf die andere Seite? Nein. Oh, ich meinte eigentlich mit dem Ding hier. Ach, komm mir nicht weg. Uh. Uh. Ich hab ihn. Ja, weil ich hier menschliche Zielscheibe gespielt hab für dich. Wir haben sicherer, sondern noch gefährlicher. Hör schon mal ab. Ah, ah, ah. Wenn du alles kaputt machst, kommst du nicht mehr da dran, du kleiner Dickie. Aua, jetzt kriegst du mich wieder. Ja. Ach, guck mal. Guck mal, bei dem die Lebensanzeige an und bei dem diesen Unterschied. Oh. Die sind unterschiedlich. Bin fast tot, aber ich kann hier nichts. Kann ich das Ding anvisieren, aber nicht. Warte mal, warte mal, warte mal. Kannst du da oben drauf schießen auf das Brett? Wo? Welches Brett? Über uns. Nein, nicht das ganz oben. Ich meine das da drunter. Ja. Der eine ist nicht... Ach so, warte mal, wir können das aber anders machen. Oder? Aber da kommt er auch nicht so hoch, oder? Aber warte mal. Ah ja doch. Kannst du das drehen? Dreh. Ja. Bin dann schon mal weg. Aua! Kommst du dran? Nein, du musst das drehen. Warte. Drehen. Jetzt hab ich's bekommen. Aha. Da oben ist noch was. Ja, dafür musst du dann hier drauf. Mach mal so'n Ding, ja. Wo ist noch mehr? Ja, oben rechts ist auch noch was. Die Stadt ist in den letzten zehn Jahren gewachsen. Erkenne sie kaum wieder. Dank der Kräfte des Twine haben wir für Sicherheit und Stabilität gesorgt. Hm. Und alle wollen was von den Helden. Ach, ich bin mit dir am Spielen. Ich bin ja toll. Nee, ich weiß, ach, du musst dann da so hoch springen. Genau. Dann müssen wir wieder nach ganz links. Hä, das sind die Nähe. Doch, doch. Also du zumindest. Ich kann das, glaube ich, nicht, oder? Hä, wie weit soll ich denn da kommen? Das geht nicht. Oder, warte mal, warte mal. Nee, 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 warte mal. Dann hier hoch, hier hoch, hier hoch. Ich mach hier so'n Ding drauf. Aber warum so? Damit du da besser hoch kommst. Ich auch. Ja, und? Wir verkacken es beide. Hä? Na, du musst dir die Platte da drauf legen. Warte mal. Leg mal die Platte da drauf. Nein. Alles muss man dir sagen, ey. Das ist ja schlimm. Ich bin Zauberer, ja? Ja, du bist... Oh, nein, 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 nein. Nein. Scheiße. Oh, hier unten ist es. Ist aber noch was. Oh. Ich geh hier unten weiter. Ey. Hab dir die schon mal kaputt gemacht? Bitteschön. Du bist ein Kunstbasaus, so dass du das Kunstbäckchen kaputt gemacht hast. Die Frage ist nur, du kannst dich da dranhangeln, oder nicht? Ich komm hier nicht hoch. Ich muss jetzt wechseln auf den. Nein, mit den Assassinen. Kannst dich hier nicht oben mit dem Teil dranhangeln? Ui. Du kannst natürlich auch. Aber die Frage ist... Ich glaube nicht. Aber wir müssen da irgendwas anderes machen. Kannst du da drauf schießen, unten? Ne, ein bisschen tiefer. Ne, der ist nix. Der erzielt noch niemals da drauf. Wenn er nix zum Anvisieren hat, dann... Ach, du kannst das... Kannst du dieses Ding nicht weiter nach rüber machen, dass wir dann da dran springen können? Aber du hättest das... Insgesamt... Komm noch mal zurück mit dem. Komm noch mal zurück. Ja, und dann? Leg das mal weiter nach da drüben. Ne, ne, das schaffen wir nicht. Weißt du, was das für ein Sprung ist? Wenn ich das noch ein Stück nach rechts lege, dann knallt das hier runter. Doch, mal was, was ich sage, Mensch. Das funktioniert nicht. Es knallt nicht runter. Es liegt doch genau drauf. Ja, jetzt. Jetzt probier es doch einfach mal. Oder lass mich es probieren. Ja, dann sollst du aber da runter. Einfach sch... So. Manchmal reicht es so ein bisschen ja schon. Du kommst da eh nicht hoch. Aber es war knapp. Nicht wirklich. Warte mal. Komm mal jetzt mit dem Dicken hier hin und lass mich mal von oben hier so. Ja, das könnte sie natürlich... Ah, ne, ins Wasser. Ne, das ist 4 Gigabyte. Ne, so doch nicht. So ewig zumindest. Du sollst mich hier oben eine Plattform machen. Hier, am Rand. Geh mal nach ganz links. Stell dich doch mal dahin. Geh mal nach ganz links. Dann sei bereit für einen Sprung nach rechts. Nein. Oh, ja, geil. Oder auch nicht. Das war jetzt nicht so geplant. Ich dachte eigentlich, dass wir dann so runtergaben sind. Einmal mit Profis. Du willst spielen und es geht nichts. Was macht die da unten jetzt? Sollst du dich im Keller verstecken? Ich weiß nicht, dass du dich schämen willst. Das weiß ich. Guck mal, jetzt kommt es doch gerade mal so runter hoch. Ja, ich bin halt nur ein bisschen fülliger. Ja, also jetzt geht keine... Keine, keine Dings. So, das war sehr. Das war geil, ne? Ja, von mir, ne? Mach noch ein bisschen weiter nach vorne. Kann ich aber nicht, weil du immer so schnell da drauf bist. Nach vorne. Nach vorne. Nach vorne. Kann ich nicht, weil du da drauf stehst. Wie oft denn noch? Ich weiß auch nicht, was du da jetzt mit willst. Wir müssen irgendwie... Mach das doch mal. Können wir da nicht von hier links irgendein Ding mitnehmen? Können wir auch nicht, oder? Nee. Ach, warte mal, wir sind so blöd. Komm mal mit. Das wollte ich die ganze Zeit machen, aber du hast mich kaputtgehauen. Aber das reicht auch nicht. Nee, das reicht nicht. Das hätt ich auch so schon sagen können. Was mit? Du kannst nicht mal. Wenn du da was ins Wasser kannst, kannst du auch nichts legen. Dann rutscht das runter, ne? Also so ein Viereck, meine ich. Kann ich ja nicht. Dann können wir hier oben nicht mehr hin. Das ist ja das Problem. Erstes Mal. Deswegen habe ich ja gefragt, ob wir hier eventuell... So bist du so billig und kannst keine zwei Sachen dahin machen. Weil das, glaube ich, freigeschaltet werden muss oder so. Ich gucke mal eben, ob hier hinten noch irgendwas war. Ich meine aber nicht... Oder? Warte mal. Ich glaube nicht, dass das dafür gedacht ist, aber ich komme mal mit was an. Geht das hier im Wasser auch schon? Oh! Nein, im Wasser geht's nicht. Okay. Okay. Nein, du nicht. Wo? Ich will mich jetzt hier veräppeln? Jetzt geht das natürlich wieder nicht, weil der Epi sich dabei machen muss. Aber du kommst... Warte mal, vielleicht kann ich das noch mit dem... Aber dann... Äh, warte mal. Oh, nee, ne? Sag mir das doch! Ja! Du bist so dumm, ey. Mann. Sagst du gerade. Warte mal. Unten. Wie kommen wir denn da runter? Was musst du auseinandernehmen? Mann, ist das scheiße mit dem... Geh doch mal weg da! Mann! Nur weil du hier so am Geiern bist, ey. So. Ich denke mal, dass die, die ich gerade weggeworfen habe... Die müssen jetzt hier dran. Dass wir die theoretisch da ran machen können. So. Kommst du da dran? Er schläft wieder. Nein, ich musste eben dem antworten. Aber ich komme nicht auf die andere Seite jetzt. Ich will... Aber du kämst theoretisch doch nach oben, wenn man... Das hier... Hä? Nein! Ach, du sollst das Ding doch nur anvisieren. Danke, dass du dagegen gesprungen bist. Vielen Dank. Sag mal, der macht hier überhaupt nicht, was ich will. Könnt ihr mal die Sachen hier in Ruhe lassen? Ich will dieses kleine Ding da ran machen. So. So, dann das nicht, weil ich das andere amüsiert habe. So, das möchte ich hier dran machen. Sag mal. Was versteht ihr daran? Ich will nicht hier was anvisieren, Leute. Oh, oh. Oh, oh. So. Fünf Stunden später. Halt die Klappe. So. Ich muss das ja schließlich so machen, dass ich dann auch noch da hochkomme. So. Echt jetzt. So. Geht doch. Hab ich kaputt gemacht. Hab ich kaputt gemacht. Huh. Links ist noch was. Das kannst du besser. Na, da komme ich nicht hin. Oh. Das kommt, glaube ich, nur mit dem Dicken. Das gehe mit dem Dicken. Ja, mach du das mal mit dem. Warum muss ich das immer mit dem? Dann bin ich wenigstens nicht so... Ja, fast. Oder so. Oha. Oh, hier war noch mehr. Hä? Nein, war nix. Einmal schießen? Nein, aber... Schon gehört? Die Helden des Trine haben die Rosentaverne zerstört. Komen? Sieht den Helden des Trine gar nicht ähnlich. Kannst du nicht verbinden. War vielleicht ein Versehen? Nee. Aber du kannst da... Unter uns glitzert auch was so komisch. Kannst du da irgendwie die hinschießen? Das ist... Ja, ja, fast. Nach unten. Ich muss mal gucken, komme ich da überhaupt hoch? Ja, noch ein bisschen hoch. Ich glaube, wenn, dann hätte das schon... Ja, jetzt? Ja, ich glaube, das ist schon nichts. Doch, da ist was aber. Ähm... Aber was anderes. Achso, da komme ich nicht durch. Achso, keine Scheiße. Ja doch, verbinde ihn mal. Und dann pass' aber auf, dass das Ding nicht abschießt. Kann ich das... Uh! Ich kann's nicht wegmachen. Naja, das Problem ist... Kannst du das damit vielleicht machen? Ja, 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 mach mal. Ja, ja, stopp! Oh! Also... Tschüss! Warte... Ah, Mist! Dadurch, dass ich das im Nachhinein losgelassen habe... Achso, nee, ich kann das... Aha! Jetzt komm' ich hier nur noch... Nein, du musst aber hier die Platte mal drauf machen. Tschüss! Tschüss! Achso, die Platte, ja klar. Nee, ja doch. Warte mal. Hallo, ich seh' nichts. Was ist das denn? Das ist also doch... Alter, willst du mich hier verarschen? Ich muss die Platte hier sehen. Oh, ich hab sogar die Platte drinnen. Na, oh, ist nicht normal! Wie soll ich das denn da drauf legen, wenn hier dauernd einer rumhampelt? So. Hier unten sind so viele Sachen, die mir noch machen. Hier ist ein rotes Buch. Ja, dann mach das. Na, dann kann ich nicht. Was ist denn jetzt da mit dem blauen Ding? Ja, das hab ich gemacht, aber so gibt's nicht, ich will. Ich glaub, das musst du machen nochmal. Ja, weiß ich nicht, keine Ahnung. Aber ich komm ja jetzt nicht mehr hier hoch. Nee, das kann ich aber nicht amüsieren. Oh, nimm doch einfach das, was ich amüsiert hab. Hallo! So kann ich das nicht hochgehen. Ah, jetzt. Na, mach mal so. Das war gut. Hier musst du nochmal schießen. Ja, ja, das war so klar. Äh, ja. Bin ich da? Ich kann auf das Seil drauf. Das heißt, du musst auf jeden Fall auf die andere Seite. Oder kannst du von da aus die Seile verbinden, ne? Das geht auch gut. Hm, das hast du super gemacht. Ja, ich dachte, ich könnte da drauf klettern. Nee, das hab ich ja schon selber mehrfach vergeblich versucht. Also, du musst rüber springen auf jeden Fall. Ähm... Ich hab ne Idee. Mach mal ein... Nee. Mach mal den... Doch, mach da mal ein Seil dran. Ach so, scheiße. Dann geht das ja... Ah. Das muss hier oben drüber. Wieder wie eben. Kannst du hier? Nee, das hält nicht. Danke. Ja. Vielen Dank. Für die Blumen. Ja, aber hier hält das nirgendwo. Siehst du das? Ja, weil das ja auch nix ist. Aber da oben drauf, Mann. Nein, das siehst du die ganze Zeit, dass ich hier so durch kann. Ja, dann schmeiß die Kacke weg. Kannst höchstens versuchen, dass du das vielleicht in der Mitte machst und ich kurz da drauf hüpfen kann. Warum lässt du es jetzt wieder fallen? Weil ich den Zauberer wechseln muss. Hä? Ja, warum nimmst du dann nicht den Zauberer? Weil ich meine eigenen Sachen nicht halten kann. Ach so, die sind auch so blöd. Die sind doch so blöd. Das war aber nicht so gedacht. Warum nicht? Hallo, willst du nicht wieder die Truller haben? Wollen wir das mal? Huch, der Stein ist immer noch hier. Das geht... Das hast du super gemacht. Hier, kannst du mal das kaputt machen hier? Ach, du bist so blöd, dass du echt... Nee, du sollst eigentlich rechts dran springen, nicht da dran springen. Uh, achso, ja. Das geht, warte mal. Na, lass doch mal los. Ja, das ist scheiße. Wieso? Muss ich nur festhalten. Ich komm mal trotzdem nicht ran, hä? Jetzt. Tschüss. Da ist er. Aua. Wo bist denn du jetzt? Hier. Aude. Hahaha, ich bin einfach durch, nicht durch. Äh, achso, das ist für mich? Da oben drauf? Anschließend? So. Du musst aber eigentlich das Feuer treffen, damit du die anderen beiden Feuer auch anzünden kannst, nehme ich an. Ja, fast, fast, fast. Nee, andersrum. Andersrum. Was denn? Ja, nach links zielen und dann auf die andere Seite. Geht aber nicht von da. Ja, der macht dich doch ein bisschen würzer oder so. Da musst du jetzt ein bisschen gucken. Ja, ja, einmal. Und dann das untere. Ich weiß nicht, ob das obere jetzt wichtig ist. Achso, vielleicht brauchst du das oberen, dann nach unten. Achso, ja, so geht's. Ja, aber nee, dann kommst du nach hier. Ah, warte mal. Du musst, äh, nee, du musst. Nee, das geht gar nicht, hä? Ich dachte, das wird auch abgelenkt. Nee, nee, kannst du das Ding da verschieben? Ah, warte mal. Nein. So. 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 Was hätt ich dir das wieder nicht gezeigt? Ja, 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 genau. Kleiner Lutscher, du. Ich hab dir den Arsch geschossen, ja. Zeig. Wuhu. Oh, ich geh weg. Tschüss. Äh, Feigling, hau ab, du! Oh, pfff. Bald sind wir bei der Burg. Stürm hinterher, warte. Die Burg war schon lange nicht mehr der Sitz von Königinnen und Königen, seit dem Untergang der Monarchie, als sich der letzte König in einen schrecklichen Geist verwandelt hatte. Daher diente die Burg nun als Treffpunkt des Großen Rates. Dieser bestand aus Adeligen, Zauberinnen und Zauberern, die dafür sorgten, dass im Königreich alles lief wie geschmiert. Ja, ich hab nur gehört, ob ich doch nochmal unterbrochen werde. Ich würde sagen, das ist jetzt der perfekte Zeitpunkt, um mal eben einen kleinen Cut zu machen. Vielleicht nur noch kurze Pinkelpause. Und so, dass wir uns dann in der nächsten Folge wiedersehen. Bis dann. Ciao. Bis dann. Ciao. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren. Du zweckst. Dann. Vielen Dank.